Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Zusammenfassung der Nintendo Direct von der E3 2019. Es startete mit 9 Kämpfern für Super Smash Bros. Und zwar einmal aus dem Dragon Quest XI Universum. Da gibt es neue Stages und Kämpfer. Was ich ganz cool fand, ist diese Fähigkeit. Da konnte man aus so einem RPG-Rundenbasierten Menü irgendwie auswählen. Das habe ich bisher noch nicht gesehen bei Smash. Das fand ich ganz witzig. Wenn ihr das auch witzig fandet und haben wollt, dann müsst ihr bis zum Sommer 2019 warten. Am 27. September 2019 gibt es die Dragon Quest XI Definitive Edition und da könnt ihr dann das eigentliche Spiel zocken. Später in der Direct gab es nochmal Kämpfer Super Smash Bros. Und zwar Banjo und Kazooie. Auch hier Stages und so weiter sah auch von den Fähigkeiten ganz witzig aus. Kommt ein bisschen später als die Dragon Quest Geschichte und zwar im Herbst 2019. Kurz darauf kam der gute alte Yoshi auf die Bühne und hat erstmal den Wortwitz schlechthin gedroppt. Und zwar war der Videospiel Bowser am Start und auch der neue amerikanische Chef von Nintendo, Duck Bowser. Das Wortspiel, das wird wahrscheinlich nie alt werden, ist halt ganz cool, dass ein Host hier bei Nintendo Bowser heißt. Deswegen hat der hier auch einen Spot in der Zusammenfassung bekommen. Mein persönliches Highlight war der Feature Trailer zu Luigi's Mansion 3. Da hat man wirklich sehr viel gesehen. Und zwar nicht nur das Hotel, wo das Ganze spielt, sondern auch was sich da drin abspielt. Man hat das Game Design so ein bisschen gesehen, halt 3D, wie wir es kennen, aber auch ein paar 2D Passagen waren dabei. Und vor allem die Waffenfähigkeiten. Der neue Staubsauger, der mit am Start hat, der kann einiges mehr als in den anderen Spielen. Und zwar hat man eine Slam-Funktion, wo man die Geister nochmal mit durch die Gegend schlagen kann, um andere Geister zu treffen. Das fand ich ganz cool. Man kann Dinge bewegen mit so einem Pömpel, der dann plötzlich auf dem Staubsauger ist. Und damit beispielsweise auch Gegnern mit Schild das Schild wegnehmen. Das ist ganz witzig. Da freue ich mich schon drauf, das zu zocken. Außerdem gab es Fähigkeiten wie so einen Burst AOE, wo dann quasi er sich erschreckt und um ihn herum alles Schaden nimmt. Und es gab noch eine Fähigkeit, wo Luigi quasi ein Abbild erschaffen kann, den sogenannten Goo-Igi. Und der ist dann flüssig und kann beispielsweise durch Metallkriechen oder auf irgendwelchen spitzen Gegenständen laufen, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist ganz fett, dass man diese zweite Person von Luigi dann auch noch mit dem Joy-Con im Koop-Modus spielen kann. Ja, es gibt aber auch ein paar Sachen, da kann der flüssige Luigi nicht so gut drauf, wie beispielsweise Wasser, denn da schmilzt er. Ja, dann haben sie noch einen Scare-Scrape-Mode gezeigt. Das ist online oder lokal im Koop kann man das Ganze zocken. Und da muss man dann Geister auf Zeit töten. Auf jeden Fall ganz witzig aus. Bosse hat man gesehen. Ja, also das, wie man das aus dem Spiel kennt, komplexe Bosse mit Mechaniken etc. Also komplex, wie man es halt für Nintendo so kennt. Und auch abwechslungsreiche Level. Wie gesagt, 2-3-Day hat man alles in diesem sehr coolen Trailer gesehen. Deswegen kriegt der hier auch gerade so viel Zeit geschenkt. Ja, das Ganze kommt 2019. Man weiß da keinen genauen Tag. Aber das sollte auf jeden Fall ein Pflichtkauf für alle Nintendo Switch-Besitzer sein. Netflix macht ja jetzt auch Spiele und irgendwie auch für den Nintendo Switch. Es gab irgendein Strategiespiel mit so einem Gremlin-artigen Wesen, was so ein bisschen was erzählt hat. War ein komischer Trailer. Das Ganze heißt The Dark Crystal. Ich werde dem nicht so ganz viel Zeit widmen. Und deswegen kommen wir gleich zur nächsten Geschichte. Und in der nächsten Geschichte müssen wir mit Link von der Insel Kohlen fliehen. Es ist Link's Awakening, ein neues Zelda-Spiel. Es sieht wirklich sehr, sehr kindlich aus. Fast schon wie eine Mischung aus Oceanhorn und irgendwelchen Popfiguren. Ja, mit runden Kopfköpfen und so weiter. Aber vom Gameplay her war es auf jeden Fall ein Zelda. Ja, man hat Geschicklichkeit gesehen. Man hat ein paar Rätsel gesehen. Und die urtypischen Bewegungen und Dinge, die man in einem Zelda-Spiel so tut. War ganz nett. Wenn man alte Zelda-Spiele mag, wird man dieses wohl auch mögen. Am 20. September 2019 kann man es kaufen, wenn man denn möchte. Das neue Action-RPG von Square Enix heißt Trials of Mana. Sah wirklich sehr schick aus. Kommt leider erst im Frühjahr 2020. Aber für Leute, die auf JRPGs stehen, die werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Außerdem kann man ab sofort die Collection of Mana im eShop downloaden und schon mal die ersten Spiele aus der Reihe zocken. Noch in diesem Jahr kommt The Witcher 3 auf die Nintendo Switch. Und wenn ihr mit Geralt mal mobil durch die Gegend reiten wollt, dann könnt ihr das hier tun. Allerdings war ich jetzt von der Grafik besonders nicht so angetan. So ein bisschen Downgrade wäre ja okay gewesen. Aber was zum Teufel ist bitte das? Ja, bevor ich mir so eine Matsche gebe, kau ich mir lieber irgendwie eine gebrauchte Playstation 4 und genieße dieses Spiel dann dort. Denn es lebt ja auch ein bisschen von der optischen Pracht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ganz so geil ist. Wenn es wirklich gar nicht anders geht, spielt es auf der Switch. Aber sonst bitte nicht. Wer Bock auf Strategie hat, muss nicht mehr ganz so lange warten. Denn am 26. Juli 2019 kommt Fire Emblem Three Houses. Man hat vom Spiel selber fast nichts gesehen, sondern es gab eher so einen Story Trailer mit ganz vielen Cutscenes, die schön gezeichnet waren. Keine Frage, Fire Emblem Fans, ja, die werden wohl das bekommen, was sie erwarten. Wenn ihr euch mal richtig gruseln wollt, ja, dann nehmt einfach eure Nintendo Switch, sucht euch irgendein verlassenes Haus und spielt Resident Evil. Vielleicht den ersten Teil sogar, denn der kommt jetzt auf die Switch. Ja, der Trailer hat eigentlich davon gelebt, dass man dieses Pärchen sah, das ganz, ganz gruselig eben in dieser verlassenen Villa auf einem Sofa saßt und die Spiele gezockt hat. Letztendlich ist es mal wieder Resident Evil, nur wieder auf einer anderen Plattform. Ja, man recycelt bei der Switch ja leider sehr viel. Den ersten Teil kann man zocken und später dann auch den fünften und den sechsten. Wenn man dann will, dann kann man das eben tun. Vielleicht ist es nicht ganz so interessant, wenn man das Ganze zu Hause zum zehnten Mal macht. Aber, naja, Kinder, äh, obwohl Kinder in Resident Evil, ne, irgendwie ist es sinnlos. Wenn ihr Bock auf skurriles Action-Geballern mit Travis Touchdown habt, ja, dann könnt ihr euch freuen, denn No More Heroes 3 kommt auf die Switch zwar erst 2020, aber das wird mit Sicherheit eine ganz coole Nummer, wenn man eben auf Rumballern steht. Weiter ging es mit einem neuen Trailer zu Contra Rogue Corps, ja, einem neuen Contra-Spiel, ganz, ganz bekannte Serie. Und was soll ich sagen, der Charme der originalen Serie war so ein bisschen weg, denn das sah alles sehr matschig und auch von Ideen nach nichts Neuem aus. Vielleicht, wenn man so Shoot'em Ups mag, kann man sich das Ganze mal geben, denn man kann sogar Wireless lokal im Koop zocken, was ich ganz cool fand. Aber vielleicht ist es für euch ja interessanter, dass man ab sofort alle anderen Contra-Spiele, beziehungsweise 10 waren es, glaube ich, an der Zahl, ab sofort im eShop downloaden kann, ja, die dann noch mit dem alten, coolen, klassischen Charme. Als ich den Trailer zu Demon X Machina gesehen habe, dachte ich erst, das wäre ein neues Xenoblade, ja, weil mit diesen Mechs und so weiter und mit der Verbundenheit und dass man die dann als Hilfe nehmen konnte, um irgendwas zu überqueren und überhaupt war man total verbunden. Das hat mich alles an Xenoblade erinnert, aber das hier ist wohl so ähnlich, ja. Wer auf, ja, Roboter-Mecha-Kämpfe aus ist und da Bock drauf hat, der kann am 13. Dezember 2019 zu diesem Spiel greifen. Und der Preis für den langweiligsten Trailer dieser E3 geht an Panzerdragon. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, das sah aber mega langweilig aus. Man ist auf so einem Drachen total unmotiviert durch die Gegend geflogen und hat da irgendwie ein bisschen, ja, geballert will ich gar nicht sagen, das ist viel zu aufregend, das Wort. Man hat so geschossen, so pew, pew, pew. Ich habe keine Ahnung, wem die das verkaufen wollen, aber vielleicht sei der ja nicht ganz so schnell unterwegs und so weiter und wollte eher so ein bisschen gechillt, so ein bisschen mit dem Drachen und so, ne. Ja, klar, Panzerdragon ist dann für euch das richtige Spiel. Dann kam der Herr Takahashi auf die Bühne und hat etwas zu Pokémon erzählt. Denn wie wir alle wissen, kommt Schwert und Schild am 15.11.2019 raus. Und da sind ja alle schon sehr gespannt drauf. Man kann, und das ist eine kleine Neuigkeit, den Pokéball aus Let's Go auch in Schild und Schwert verwenden. Und zwar kann man dann mit den Pokémon, die man da drin hat, irgendwas Cooles machen. Man verwendet den also nicht als Controller, sondern kann wohl irgendwas in das andere Spiel reintransferieren und irgendwas Gutes passiert, so hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Keine Ahnung, muss man mal gucken, wenn es raus ist. Außerdem konnten die Leute auf der E3, wir leider nicht, ja, im Wassergym gegen Trainer kämpfen und so weiter. Da hat man so ein paar ganz coole Kampfszenen gesehen, etc. Ganz spannend, ja, so lange müssen wir nicht mehr warten, bis es kommt. Wobei, November ist jetzt schon noch ein bisschen hin. Aber naja, bis dahin spielt er halt Pokémon Go oder irgendwas anderes, ne? Weiter geht es mit Action und Geballer. Ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, dass ziemlich viel Action und Geballer in dieser Direct war. Vielleicht ganz cool für einige Spiele, für andere wiederum nicht. Aber Astral Chain gehörte auf jeden Fall zu den Guten. Ja, das Ganze war so ein bisschen asiatisch angehaucht, sah sehr abgespaced und, ja, irgendwie ein bisschen düster sogar aus. Nach schnellem Gameplay, nach sehr, wie gesagt, actiongeladenem Gameplay, sah cool aus. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Spiel genau bringt, aber wenn man so eine Art von Spiel mag, dann wird das, denke ich mal, einer der besseren Titel sein. Am 30. August 2019 ist das schon soweit. Dann könnt ihr das holen, wenn ihr Bock habt. Empire of Sin heißt das neue Spiel von Paradox Interactive und da gab es auch einen neuen Trailer zu. Ganz am Anfang sah das Ganze so wie so ein Top-Down-Strategiespiel irgendwie aus. Und plötzlich wurde dann aber auch wieder geballert wie in den anderen Spielen und, naja, ja, also wie gesagt, ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen, weil man hat nicht wirklich viel gesehen. Aber im Frühjahr 2020 kommt dieses Mafia-Ballerspiel raus. Weiter geballert wird in Marvel Ultimate Alliance 3. Das sah allerdings ganz cool aus, ja, MCU-Charaktere und auch die X-Men sind mit am Start. Hatte so ein bisschen was von einem Hack-and-Slay-Diablo-Style mäßig mit coolen Moves und Fähigkeiten, die man da in diesem Trailer gesehen hat. Da kann man richtig cool im Koop mit anderen zocken. Das sah alles nice aus und auch ein paar Cutscenes waren dabei. Wirkte hochwertig. Ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir näher ansehen werde. Und zwar schon bald, am 19. Juli 2019 kommt das Ganze. Wenn ihr Rhythmus im Blut habt und auf Tanzspiele steht, dann wird Cadence of Hyrule am 13. Juni, das ist schon übermorgen, für euch das richtige Spiel sein. Es gibt ja schon irgendwie alte Titel, Crypt of the Necrodancer oder so heißen die. Wer so Rhythmusspiele mag, der wird mit diesem hier auf jeden Fall auf der Switch Spaß haben. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Eines der Spiele, die ich nie gespielt habe. Man hat zig Sportarten gesehen. Skating, Karate, Klettern, Schwimmen. Da war wirklich alles dabei. Man kann das Ganze sogar online zocken. Ist im Grunde nichts anderes als eine Minispiel-Serie von Nintendo. Da gibt es ja auch einige von. Aber wer auf Sport steht, der wird mit diesem Titel nichts falsch machen können. Dann kam etwas, auf was viele gewartet haben. Und zwar Animal Crossing. Man hat sehr viel Gameplay gesehen. Halt das typische Animal Crossing Gameplay. Crafting hat man gesehen. Man hat Holzhacken gesehen. Feuer machen, Angeln pflanzen. Ein bisschen Schneelandschaften konnte man erahnen. Ja, New Horizons, das kommt allerdings erst am 20.03.2020. Das Ganze wurde verschoben. Man hat vorher gehört, dass alles, was sie ankündigen, 2019 kommen soll. Aber nein, da waren ganz, ganz viele dabei, die 2020 kommen. Und leider hat es auch Animal Crossing getroffen. Ja, die Fans der Serie, die werden jetzt hier ein bisschen rumragen. Ihr könnt das gerne in den Kommentaren machen, wenn ihr wollt. Ich bin da auf eurer Seite. Dann kam eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen Spielen, die jetzt in Kürze oder in Zukunft auf den Nintendo Switch kommt. Allerdings war da jetzt auch nicht wirklich viel Neues dabei. Man hat Spyro gesehen, Hollow Knight, Ni No Kuni, aber der erste Teil, what the fuck. Dann hat man Minecraft Dungeons gesehen, was man ja auch bei Microsoft schon in der Präsi gesehen hat. Elder Scrolls Blade. Ist das nicht das Spiel, was auf dem iPhone irgendwie erscheint? Na gut, jetzt gibt es das auch auf der Switch. Dann My Friend Pedro. Nie gehört. Da aber tatsächlich als einer der wenigen interessant aus. Doom Eternal in einer wirklich sehr, sehr matschigen Grafik. Dann hatten wir Wolfenstein Youngblood in noch einer viel matschigeren Grafik. Alien Isolation. Wann kam das? 1900? Ich weiß nicht mehr genau. Dann hatte man noch Dragon Quest Builders gesehen. Just Dance. New Super Lucky's Tale. Das kenne ich ehrlich gesagt nur von der VR-Brille. Dauntless. Auch schon seit Ewigkeiten, glaube ich, auf dem PC verfügbar. Und, darauf freue ich mich persönlich, Mario Maker 2 wurde ganz zum Schluss noch geteased. Das ist ja jetzt Ende des Monats auch am Stizzle. Zum Schluss hat man sich nochmal entschuldigt, dass man nicht mehr zeigen konnte. Also nicht direkt, aber irgendwie hat man das so gehört. Er meinte, ja, wir haben noch ganz viel in der Entwicklung und das werden wir euch alles zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Jetzt nicht. Hier haben wir ehrlich gesagt gesehen. Denn die ganze Direct, die war so lala. Für eine E3 Direct war das wirklich mäßig, meiner Meinung nach. Man hat sehr viel Third Party gesehen. Von Nintendo selber kam fast gar nichts. Und wenn dann nur komische Remakes oder irgendwelche Kinder-Zeldas oder Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ja, das Einzige, was wirklich richtig cool war, war Luigi's Mansion 3. Das ist jetzt keine Überraschung gewesen, aber da hat man ein paar Features gesehen. Nein, ich gebe der Direct eine 4 Minus. Ja, also das ist so meine Note. Ich würde ihr eine 1 geben, wenn alles so krass wäre wie das letzte, was man gesehen hat. Und zwar hat man da eine Ankündigung zum zweiten Teil von Zelda Breath of the Wild gesehen. Das sah super düster aus. Das sah cool aus. Da habe ich Bock drauf. Aber das Spiel werden wir wahrscheinlich erst auf der Switch 4 oder so zocken können. Denn wenn man sich daran erinnert, als sie Zelda für die Wii U angekündigt haben, bei der Wii U Präsentation. Da hat es so lange gedauert, bis die Switch da rauskam, die nächste Konsole, bis sie es released hatten. Ich weiß nicht. Wenn sie mehr gehabt hätten, dann wäre ich ein bisschen zuversichtlicher gewesen. Aber das war einfach nur so ein gerenderter Trailer. Normalerweise, sie haben doch die Engine von Breath of the Wild. Wenn sie schon ein bisschen weiter wären, dann hätten sie doch zumindest irgendwie ein bisschen Gameplay oder ein, zwei Schauplätze zeigen können. Aber sie haben nichts gezeigt. Sie haben nur dieses eine gerenderte Ding gezeigt, was tatsächlich nur für die Präsentation gemacht wurde. Höchstwahrscheinlich. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Obwohl, da kam schon so ein bisschen Feeling auf bei der letzten Ankündigung. Auch wenn man weiß, dass es lange hin ist. Alles andere, ich weiß nicht. Also war not my presentation. War nicht so wirklich das, was ich erwartet habe. Vielleicht hat man das auch während dieser Zusammenfassung gemerkt, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Ehrlich gesagt, hätte mehr erwartet. Da kommt irgendwie nichts mehr. Die Switch ist wirklich nur noch Recycle-Maschine. Da sind nur noch Reboots von der Wii U drauf und irgendwelche PC-Spiele, die ich vor fünf oder sechs oder sieben Jahren dort schon gespielt habe. Ich meine, das ist doch keine Nintendo-Konsole, oder nicht? Also da muss doch irgendwas Innovatives, Neues. Ja, also da ist seit Breath of the Wild und Mario Odyssey, das sind so die zwei, wo ich da sagen würde, die sind krass. Aber der Rest, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht seid ihr auf meiner Seite, vielleicht sagt ihr auch, was regt sich dieser alte Mann so auf? Wir können hier in Necro-Dancer da mit diesem Rhythmus-Spiel da abdancen, ja, warum nicht? Oder Resident Evil in der alten Villa spielen, ist doch Hammer. Was hat der eigentlich? Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Direct so empfunden habt und wie ihr allgemein die Switch aktuell seht. Oder ob ihr nicht sagt, hol mir eine Xbox, ich hol mir eine Playstation oder einen PC, ja. Switch, mobil, geil, ansonsten gibt es da, glaube ich, momentan nicht viel zu holen. Aber wie gesagt, lasst uns diskutieren. So, das war die Zusammenfassung, ist ja schon vor einer Minute zu Ende gewesen, aber hier noch im Anschluss meine persönliche Meinung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.